Was ist unser Prototype 2013-Projekt? Unser Prototype 2013-Projekt geht um eine große Medienplattform für Publisher und Kreative. Wir werden versuchen, eine Möglichkeit zu finden, wie sich beide auf einer Plattform zusammenfinden, neue Partner finden, neue Ideen kreieren werden und dass die Suche im Netz, eine freie Suche bei eigenen Kontakten erübrigt und dass auch neue Produktformen kreiert werden und wir nicht im Vorfeld schon immer gleich festlegen, dass es ein Buch werden muss, was wir verlegen, sondern eben auch andere Möglichkeiten durchaus in Betracht ziehen. Und da sind Programmierer eingeladen, da sind Grafikdesigner eingeladen, da sind Autoren eingeladen, Redakteure und natürlich die Verlage, die sich hier bedienen können auf dieser Plattform. Untertitelung des ZDF für funk, 2017